Der Wehrwolf Ein Wehrwolf eines Nachts entwich von Weib und Kind und sich begab an eines Dorfschullehrers Grab und bat ihn, Bitte beuge mich. Der Dorfschulmeister stieg hinauf auf seines Blechschilds Messingknauf und sprach zum Wolf, der seine Pfoten geduldig kreuzte vor dem Toten. Der Wehrwolf, sprach der gute Mann, des Wesswolfs Genitiv, so dann dem Wehrwolf Dativ, wie man's nennt, den Wehrwolf, damit hat's ein End. Dem Wehrwolf schmeichelten die Fälle, er rollte seine Augenbälle, indessen bat er, füge doch zur Einzahl auch die Mehrzahl noch. Der Dorfschulmeister aber mußte gestehen, daß er von ihr nichts wußte. Zwar Wölfe gäb's in großer Schar, doch Wehr gäb's nur im Singular. Der Wolf erhob sich tränenblind, er hatte ja doch Weib und Kind, doch da er kein Gelehrter eben, so schied er dankend und ergeben. Däguh! Däguh! Untertitelung des ZDF, 2020